Delta to all, Radio check, over. Hier ist Bravo, kommen. Es ist Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Herzlich willkommen, es ist Donnerstag, das heißt es ist wieder Funkkreiszeit. Ich bin der Hauptmann Moritz Bock und ich bin hier in Berlin mittlerweile nicht mehr alleine, sondern wir haben den Hauptmann Matthias Lehner mit am Start. Grüß dich Matthias. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Du bist ja eigentlich Infantrist, jetzt aber Redakteur bei der Redaktion der Bundeswehr. Und du bist letztens in die USA geflogen. Erzähl mal, warum hat es dich in die USA verschlagen? Wie du schon richtig erwähnt hast, bin ich jetzt seit fast einem Jahr hier in der Redaktion als Redakteur tätig und habe letztes Jahr im Dezember mein erstes großes Projekt gehabt und durfte als Redakteur aus der Redaktion der Bundeswehr nach Fort Leonard Wood fliegen in Missouri im Mittleren Westen der USA. Okay, was war am Fort Leonard Wood? Fort Leonard Wood ist die sogenannte Seaburn School. Das ist quasi das Gegenstück zur ABC-Abwehrschule in Sonthofen. Aber was hast du da gemacht? Also warum bist du in die USA geflogen an die Seaburn-Schule? Es ging um ein Projekt der ABC-Kräfte. Die ABC-Kräfte, für alle, die es noch nicht wissen, bilden ihre Unteroffiziere und ihre Offiziere an der Seaburn School in den USA am echten Kampfstoff aus. Das heißt jetzt nicht, dass sie ausgebildet werden, das einzusetzen, sondern sie werden daran ausgebildet, einen echten Kampfstoff zu hantieren, zu detektieren und aufzuklären. Also quasi im Endeffekt, die haben sich dann da reingesetzt oder sind dann in die USA geflogen und haben dann da gelernt, wie man wirklich mit scharfen Kampfstoff arbeitet. Jetzt mal ganz simpel gefragt. Du sagst ja gerade schon, das ist quasi das Pendant zu der ABC-Abwehrschule in Sonthofen. Warum macht man das nicht hier? Die ABC-Abwehrschule hat leider nicht die Möglichkeiten, um so ein gefährliches Training durchzuführen. Du musst dir vorstellen, das ist eine riesengroße Trainingsanlage, weit abgeschieden von allen möglichen. Also der mittlere Westen ist ja... Also in der Mitte von gar nichts. Genau, ist ja mitten im Nirgendwo. Und dort haben die die Möglichkeit, nicht an echten Kampfstoffen wie Sarin-Gas oder VX zu üben. Okay, aber jetzt habe ich gerade schon erwähnt, du bist ja eigentlich Infanterist und eben kein ABC-Spezialist. Du bist trotzdem dabei gewesen. Erzähl mal, wie war das für dich? Was hast du da jetzt eigentlich genau gemacht? Bist du da jetzt auch mit dem Nervenkampfstoffen in Berührung gekommen oder wie? Ja, genau. Also als Infanterist, was spezieller als ausgebildeter Gebirgsjägeroffizier, war eigentlich mal ein Teil an der ABC-Geschichte in der Bundeswehr immer nur darauf beschränkt, einmal im Jahr, genau, im Rahmen der IGF-Geschichte mir die Maske aufzusetzen. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich war bis dahin auch sehr froh, dass ich nicht mehr machen muss. Aber hier in der Redaktion nimmt man da keine Rücksicht drauf, sondern ich habe einfach das Projekt bekommen. Und ich muss auch gestehen, ich war sehr neugierig, weil ich auch mal wissen wollte, was machen die ABC-Kräfte in der Bundeswehr so? Okay, also das heißt, du hast auch wirklich ein bisschen was mitgenommen, aber vor allen Dingen hast du da ABC-Kräfte begleitet, die dann tatsächlich in ihrem scharfen Durchgang waren an der Schule in den USA. Wie hat sich das dargestellt? Also wie funktioniert diese Übung? Naja, für die ABC-Kräfte im Vorhinein gab es erstmal zwei Wochen eine Vorausbildung in Sonthofen, damit sie ihre Prozeduren zum Aufklären von Kampfstoffen einüben. Wir sind ja eher reingesprungen ins kalte Wasser und sind dazu gestoßen. Und ich hatte mit Feldwebel Manuel Mikus, einem ABC-Abwehrfeldwebel aus dem Bataillon in Bruchsal, einen Buddy mehr oder weniger, mit dem ich dann bei dem scharfen Durchgang im kontaminierten Bereich die Prozeduren und Verfahren, die sie dort anwenden, begleiten durfte. Kannst du mal so erzählen, wie sich das dargestellt hat? Wie kann ich mir so eine Übung vorstellen von den ABC-Kräften? Wir fangen erstmal draußen im Freien an. Du musst dir vorstellen, die haben alles, was sie in dieser überdachten, abgeschirmten Facility haben, also in dem Übungsbereich, haben die draußen nachgebaut und dort übt man einmal trocken. Also im kalten Dezemberwind haben wir draußen im Vollschutz, also mit Overgarment, mit der ABC-Maske, die Verfahren zum Aufspülen von Kampfstoffen durchexerziert. Also ihr habt im Endeffekt einfach nur das Material so ein bisschen kennengelernt? Material kennengelernt, also speziell wir als Dazugestoßene, also ich als Redakteur. Die anderen kannten das ja schon, aber die haben einfach quasi wie in so einer Art Drilltraining nochmal geübt, wie gehe ich da um mit den Messgeräten? Und wir haben auch einmal Atropin mit einem Autoinjektor an einer Puppe. Okay, dann musst du mal ganz kurz erzählen, was ist Atropin? Ja, das ist ein Wirkstoff, den man nutzen kann, wenn man im Fall einer Vergiftung kontaminiert wurde und das hilft, dass die Vergiftung nicht sofort tödlich wird. Da hat man ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Wenigstens immerhin das. Du hast gerade gesagt, ihr seid da erstmal im trockenen Vorüben gewesen, ihr habt ja dann auch einen scharfen Durchgang gemacht. Wie war das? Der Durchgang an sich, der war halt schon krass. Der eben erwähnte Feldwebel, der Manuel Mikus, der ist, wenn man ihn zum ersten Mal anschaut, eigentlich ein ganz harter Hund. Kantiges, glatt rasiertes Gesicht, sehr straight und der weiß auf jeden Fall, was er tut. Deswegen war ich auch froh, dass es mein Buddy war. Ach so, okay. Aber ich schlag mal vor, wir hören mal kurz rein. Ich hatte die Gelegenheit, ihn mal kurz zu fragen, vor dem Durchgang, direkt davor, wie es ihm so ergeht. Ich denke, dass so ein scharfer Durchgang auch immer etwas anders ist. Weil man kann üben, üben, üben. Ich denke, das kann man auch alles ummünzen. Das ist halt so ein scharfer Durchgang. Ja, da ist man halt ein bisschen vorsichtiger. Also ich denke, dass man dann, weiß ich nicht, so ein bisschen unentspannter eventuell werden könnte, wenn man dann davor steht. Aber das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Dann wird es dann sehen, wenn wir drin sind. Okay, wir haben gehört. Für den Manuel ist es tatsächlich auch nochmal was Besonderes, wenn er jetzt auf einmal wirklich mit scharfen Kampfstoffen dort arbeiten muss. Also wenn es für einen Arbizisten schon was Besonderes ist. Wie fühlt sich das dann für einen Redakteur an, der normalerweise seine Maske einmal pro Jahr aufsetzt? Wie war das für dich dann? Nee, ehrlich gesagt muss ich sagen, mir ging der Stift ab. Man ist ja in so einem Schleusenraum, bevor es wirklich losgeht. Steht dann eine Doppelreihe da und dann ist es wie im Film, eine rote Lampe quasi leuchtet. Es ertönt einen Ton und dann geht so eine schwere Stahltür auf und man tritt in eine komplett andere Welt. Und die Amerikaner machen ja keine halben Sachen. Die haben dann da auch mit allem, was man da so machen kann, rumgespielt. Also man hatte Puppen, Wachspuppen rumliegen, die wie lieblose Körper aussahen. Es kamen Gefechtsgeräusche aus Boxen und da geht man dann auf einmal rein. Und wie du eben schon gehört hast, auch wenn ich den Manuel Feuer als einen sehr abgeklärten Menschen wahrgenommen habe, er war ja schon angespannt. Das konnte man ja eben hören. Bei mir war es natürlich nicht anders. Und es gab auch einen Moment davor, da war ich auch kurz davor, zu sagen, ich breche ab. Echt? Ja, das war, also wie gesagt, man hat ja dieses beklemmende Gefühl mit der Maske an sich. Dann in die Situation reinzukommen, dann drückt die Maske auch irgendwann. Die tragen wir ja nicht nur ein paar Minuten, sondern wir haben die am Ende ja fast vier Stunden getragen. Okay. Und das verbunden mit einem Juckreiz im Gesicht, den man die ganze Zeit hat, weil man sich denkt, ich würde mich jetzt gerne kratzen, aber das geht nicht. Das war schon fies. Du hast ja erzählt, du warst in einem Buddy-Team da drin. Wie hat die Teamarbeit so funktioniert? Also warst du da jetzt so der kleine Gehilfe? Oder wie hat die Arbeit mit dem Feldwebel-Mikus funktioniert für dich? Naja, der hat mich natürlich an die Hand genommen. Also das war, also mein Vorteil war ja wirklich, dass er weiß, was er tut. Und ich konnte mit ihm halt das, was wir machen mussten, durchführen. Und es war reibungslos. Aber der Hauptteil der Arbeit lag natürlich bei Manuel. Und was genau war da jetzt eure Aufgabe? Wir haben speziell jetzt in dem Durchgang einfach nur geguckt, wie prüfe ich mit den Messgeräten, die wir vor Ort haben, Kampfstoffe nach. Und dann haben wir halt Kampfstoffe aufgeklärt, wie Sarin-Gas oder wie VX. Und das war eigentlich unser Verfahren. Wir haben Sektoren gehabt, haben die abgespürt. Und am Ende wussten wir, okay, das ist jetzt Sarin-Gas hier oder da ist VX ausgelegt. So, du hast gerade VX und Sarin angesprochen. Das sind die Kampfstoffe, mit denen ihr da in den USA gearbeitet habt. Kannst du mal kurz erklären, kein Mensch kennt VX und Sarin. Was ist das? Das sind Nerven- bzw. Lungenkampfstoffe, die sich auf deinen Körper so auswirken, dass in kleinsten Dosen eingeatmet oder auch nur in Berührung mit der Haut gekommen, man vergiftet ist. Im Endeffekt erstickt man jämmerlich. Sei es drum hochgiftig und man kann schnellstens damit ersticken. Wissen wir das jetzt auch. Das ist ein ganz merkwürdiges Szenario. Ihr seid ja da in der Halle, hast du gerade erzählt, wo Puppen und Fahrzeuge und weiß ich nicht alles rumstehen. Aber wie fühlt sich das an, wenn man weiß, die Luft um einen rum ist gerade hochgiftig und alles, was mich davon trennt, ist meine Maske und mein Schutzanzug? Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Man kann halt wirklich das nicht sehen. Es ist schwer, dieses Gefühl rüberzubringen, weil man eine Gefahr hat, die ist unsichtbar. Man kann sie nicht riechen, aber sie ist real existent. Und für mich war das halt einfach ein seltsames Gefühl, aber mit der Zeit stupf man da halt ab, wie bei vielen. Merkt man das dann irgendwann nicht mehr so richtig? Ja, man hat ja Prozeduren, an denen man sich festhalten kann. Und die arbeitet man dann stoisch ab. Und dann ist es irgendwann nicht mehr so real, aber man darf sich keine Fehler erlauben. Das glaube ich. Wie bereitet man sich auf so einen Durchgang vor? Du hast ja gerade schon erzählt, ihr habt das alles draußen schon mal vorgeübt. War das für dich ausreichend, um dann wirklich in diesen scharfen Durchgang reinzugehen? Um einmal die Situation mitzumachen, natürlich als Redakteur. Aber man darf ja nicht vergessen, ich bin da nicht der Spezialist. Natürlich kann man reingehen. Und auch wir als Soldaten sind ja grundbefähig, sonst hätten wir die Maske ja nicht, um solchen Situationen entgegenzustehen, im Ernstfall. Und du hast die Maske gerade angesprochen. Einmal im Jahr dürfen wir die immer auf- und absetzen. Hat sich das Verhältnis zu deiner Maske jetzt grundsätzlich verändert nach dem scharfen Durchgang? Soll ich jetzt ehrlich sein? Ja, komm. Ich hasse die Maske immer noch. Die Maske ist immer noch irgendwo im tiefsten Eck des Spins. Aber ich weiß, sie funktioniert, wenn es darauf ankommt. Du hast die Maske jetzt gerade schon mal aus den Tiefen des Spindes mal kurz in unsere Köpfe zurückgeholt. Habt ihr da dieselbe Maske benutzt? Also bist du quasi mit deiner ABC-Maske aus dem Spind in die USA gereist? Nein, sonst hätte ich die Maske auch nicht wieder mitnehmen können, weil sie ja nach dem scharfen Durchgang kontaminiert war. Das heißt, wir haben vor Ort Masken, genau die gleichen Masken bekommen, mit den gleichen Filtern, die wir auch haben. Haben dort einen Maskencheck auch gemacht und sind dann mit diesen Masken reingegangen, die wir auch dort gelassen haben. Was war für dich so der beeindruckendste Moment während der gesamten Zeit, vielleicht auch während der Übung dort? Was hast du so am meisten für dich auch mitgenommen? Ich war massiv beeindruckt von den ABC-Soldaten, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie ihren Auftrag wahrnehmen. Im Endeffekt haben die sich in einem Umfeld, in einer Atmosphäre begeben, die ja menschenfeindlich oder lebensfeindlich ist und haben trotzdem gesagt, wir müssen das hier machen, weil es unser Auftrag ist. Und ich meine, du hast ja auch mitbekommen, wenn ich jetzt nach Syrien gucke, wenn ich mir die Fälle mit Novichok in London anschaue, dann sehe ich uns schon durchaus in einer Welt, in der solche Sachen immer noch eingesetzt werden, obwohl die ja international geächtet sind. Ich wollte gerade sagen, normalerweise ist es gar nicht mehr erlaubt, ABC-Kampfstoffe einzusetzen, aber wir haben halt ABC-Abwehrkräfte und die Amerikaner üben mit scharfem Material. Was geht einem durch den Kopf, wenn man diese Szenarien wirklich hautnah miterlebt, wie sowas passieren kann? Ja, du hoffst einfach, dass sowas nie real wird. Aber du weißt, dass sowas real ist. Und trotz der Chemiewaffenkonvention, die seit dem Ende der 90ern ja international in Kraft getreten ist und der theoretisch 98 Prozent der Weltbevölkerung beigetreten sind, weil so viele Staaten entsprechend das ratifiziert haben, haben wir dennoch in einigen Ecken der Welt den Einsatz von Chemiekampfstoffen zu beobachten. Und das willst du nicht haben. Nee, auf keinen Fall. Aber wir haben ja Gott sei Dank die Spezialisten von den ABC-Abwehrkräften, die genau wissen, was sie da tun. Hast du gerade erklärt. Habt ihr die Übung jetzt mit den amerikanischen Kameraden gemacht oder war das jetzt eine Übung, die wirklich nur für die deutschen ABC-Abwehrkräfte war? Die Ausbildung ist halt darauf ausgerichtet, dass die Unteroffiziere und die Offiziere der Bundeswehr einmal in die Situation reinkommen. Das heißt, das war explizit nur für die Bundeswehr gedacht. Aber die Partnerschaft mit den Amerikanern ist sehr eng. Und es gibt auch Übungen, bei denen zusammengeübt wird, weil die Verfahren sich nicht unterscheiden. Und selbst die Ausrüstung ist im Endeffekt die gleiche. Bis vor ein paar Jahren haben die den TPZ-Fuchs von der Bundeswehr genutzt. Also den Transportpanzer. Genau, nur in der ABC-Ausführung. Und haben die von der Bundeswehr abgekauft, weil das halt so fortschrittlich ist, was sie da haben. Jetzt hast du gerade gesagt, die Unteroffiziere und die Offiziere waren da gemeinsam in der Übung. Ich persönlich kann mir vorstellen, das ist schon die Krönung. Also man will ja wirklich auch mal ein bisschen das ausprobieren, was man da die ganze Zeit lernt. Wie war so die Stimmung unter den Soldaten von den ABC-Kräften, die du da mit begleitet hast? Ja, natürlich auch angespannt. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Aber natürlich, die sehen es auch als die Krönung ihrer Ausbildung an. Was sie halt oft und lange mit irgendwelchen Übungssimulationskampfstoffen machen, machen die halt dort real. Obwohl der Effekt der gleiche ist. Man ist stundenlang unter ABC-Vollschutz. Also ich sage mal, die Kameradinnen und Kameraden, die sind gut ausgebildet gewesen. Du bist Gott sei Dank heil wiedergekommen. Ja, das Ganze kann man auch nochmal nachlesen, ne? Ja, genau. Man kann das alles nachlesen in der aktuellen Y-Ausgabe. Wir wollen auch bei bundeswehr.de dafür sensibilisieren, für das Thema an sich. Deswegen gibt es da einen Schwerpunkt bei bundeswehr.de. Und auf YouTube gibt es dazu auch ein Video. Also ihr könnt euch Videos angucken. Ihr könnt euch den Schwerpunkt im Internet angucken oder durchlesen. Und natürlich auch die neue Y mal zu Hand nehmen. Da sind auch coole Fotos von dir, beziehungsweise von der Übung an sich drin. Ich habe schon mal einen Blick drauf geworfen. Richtig, richtig beeindruckend. Da kriegt man nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling, wenn man da auch nochmal gesehen hat, wie wirklich dieses Szenario aussah. Ja, und wenn ihr Lust habt, uns Anmerkungen oder Kritik oder Lob zu schicken, dann einfach mal die Folge auf YouTube kommentieren. Und ansonsten kann man uns natürlich auch bei Spotify, bei Deezer, bei Soundcloud und überall da, wo es gute Podcasts gibt, hören. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Ich melde mich aus dem Funkkreis ab. Ich bin der Hauptmann Moritz Bock und ich war ja mit meinem Gast hier, Matze. Vielen Dank dir. Ja, vielen Dank.